Hallo, ich bin Maria Kurzure, ich unterrichte seit zwei Jahren Harder-Yoga, Yin-Yoga und Ayurveda-Yoga. Und vor allem Ayurveda-Yoga gefällt mir so gut, weil es sich auf die einzelnen Körpertypen individuell abstimmen lassen kann. Ich mache Yoga, um mich mit dem, was ist, in Einklang zu bringen. Das heißt, nicht nur hier dem Monkey Mind, dem wilden Kopf immer zuzuhören, sondern wirklich bei mir anzukommen. Und das liebe ich auch, zu vermitteln. Und ich habe jetzt drei Übungen für die einzelnen Körpertypen vorbereitet. Wir beginnen mit dem Feuertyp. Gefolgt vom Erdtyp. Und wir enden mit dem Lufttyp. Ich freue mich auf euch.